Willst du jetzt ein Leckerli? Soll Mama dir eine Wurst geben, weil du so schön gebadet hast, ja? Ja, mein Hund weiß, dass er dann immer eine Belohnung kriegt. Ja, wenn wir baden und kämmen. Warte, bitte setz dich mal hin. Warte. Und jetzt kriegt er ein kleines Würstchen. Warte, mein Schatz. Mama bekommt die Wurst gar nicht raus. Doch, jetzt. Warte, bitte setz dich hin. Sitz. Ganz ein feiner. Guck mal. Ja, ist natürlich seine Wurst.